Wie vorhin angekündigt, Christiane Peitz nimmt jetzt Tag 1, wie wir ihn geplant und durchgeführt haben, auseinander. Ich freue mich sehr, liebe Christiane Peitz. Sie ist schon da. Vielleicht zwei Sätze zu Ihnen, ganz kurz. Für all diejenigen, die gestern dabei waren, wussten und wissen, dass Christiane Peitz auch Teil des Roundtables war. Und nicht nur, dass sie eine der für mich wichtigsten Kulturjournalistinnen bei führenden, meinungsführenden Tages- und Wochenzeitungen ist, sondern sie war so ein Stachel im Fleisch, im Sinne der Widerhaken, die sie uns in die Diskussion reingebracht hat, dass wir während des Roundtables auf die Idee kamen, wir setzen uns jetzt am besten ihrer kritischen Stimme aus. Das ist damit gewachsen. Und dann haben wir gesagt, ach, das machen wir doch. Wir lassen uns selber durch sie hinterfragen. Also ich verspreche mir jetzt eine Menge Widerhaken von Christiane Peitz in den nächsten zehn Minuten. Bin gespannt. War es sehr langweilig gestern oder ging es? Danke, Andrea. Nein, es war nicht langweilig. Das ist auch schon mein erster Punkt. Und nämlich, was ich gelernt habe, ist, dass auch Online-Konferenzen kurzweilig sein können, selbst wenn sie vier Stunden dauern und praktisch ohne Pause. Das war schon ein Erkenntnisgewinn für mich. Ja, jetzt spricht die Kritikerin, wobei Stachel hin oder her, auch als Kritikerin, wenn ich aus dem Konzert komme und dann die Kritik schreibe, verstehe ich mich nie als Killerin, sondern immer als zwar unbestechliche oder so. Ich probiere es, unbestechlich zu sein, aber doch empathische Komplizin und so verstehe ich den Job hier jetzt auch. Ich habe vier Punkte, in denen ich zusammenfassen wollte kurz, was vom Tag gestrigen Tag übrig bleibt, was ich gelernt habe, was ich lieber nicht mehr hören möchte, was ich vermisse und was ich mich frage und was ich vielleicht ja auch die ganze Runde heute fragen könnte. Also, erster Punkt. Erstens, kurzweilige Online-Konferenzen sind möglich. Zweitens habe ich gelernt, dass selbst auf so einer Konferenz, wo ja Worte ausgetauscht werden, ein paar Takte Musik sofort die Dimensionen des Geschehens sprengen können. Es gab ja diesen einen heftigen Gänsehaut-Moment, als Volkert Ude das Video von der Matthäus-Passion einspielte, als der Dirigent sich umdrehte und das Publikum den Choral, wenn ich einmal soll scheiden, mitgesungen hat. Das war ein ganz realer Moment, auch noch aufgezeichnet und doch hatte das so etwas Utopisches, fand ich, weil es all das enthielt, wovon gestern sehr viel die Rede war und was wir uns wünschen, Nähe, Resonanz, Überraschung, das Persönliche, diese Erfahrung. Ja, ich bin gemeint mit diesem Konzert, mit dieser Musik. Und das Verrückteste fand ich, dass es sogar online, virtuell, in unserem virtuellen Raum funktionierte. Drittens habe ich gelernt, dass auch Mitarbeitende großer Kulturinstitutionen offen sagen, die Strukturen sind verkrustet, die Rituale exkludierend, der Normvertrag Bühne gehört abgeschafft. Das lässt mich hoffen, denn ich glaube, dass der Kulturbetrieb sich letztlich nur von innen ändern kann. Viertens habe ich gelernt, dass es Kulturpolitiker gibt wie Carsten Broder, den weniger, dass in Sonntagsreden beschworene Kinder versöhnende der Kunst am Herzen liegt, sondern die sagen, Kunst kann und soll sprengen und die auch die Vokabel von der Freizeitbeschäftigung wütend macht. Das habe ich auch bei unserem Berliner Kultursenator Klaus Lederer gehört und ich habe mich gefreut und habe gelernt, dass es mehrere Kulturpolitiker ticken. Fünftens habe ich gelernt, dass es viel zu wenig Vermittlungsarbeit für die Kerngruppe des Publikums gibt, nämlich für die Nichtrentner, die Nichtjugendlichen, die Nichtstudierenden. Darüber hatte ich noch nie nachgedacht, das war für mich wirklich eine wichtige Erkenntnis. Sechstens, das hängt mit fünftens zusammen, habe ich gelernt, dass es in anderen Ländern, wie zum Beispiel Großbritannien, hast du eben gerade schon erwähnt, Andrea, seit Jahrzehnten Publikumsforschung gibt und dass Deutschland da heftig hinterherhinkt. Vielleicht ändert sich das, wenn wir das mal feststellen. Und siebtens habe ich gelernt, dass die Klassik mehr Jazz braucht. Was ich lieber nicht mehr hören möchte, auch wenn ich weiß, dass es sich nicht immer ganz vermeiden lässt und ich auch selbst diese Begriffe manchmal verwende. Erstens, die immer ein wenig lamoyante Frage nach der eigenen Relevanz. Zweitens, ähnlich worthülsenverdächtige Vokabeln, auch wenn wir sie lieben, wie Paradigmenwechsel, Vielfalt, das Wort viel eben, Partizipation, Diversität, ja selbst die schöne Teilhabe, auch ich mag das Wort Teilhabe sehr gern. Aber ich denke, es kommt nicht auf die griffige Formulierung an, sondern auf konkretes mögliche Lösungsvorschläge. Davon gab es ja einige. Gestern Spotify-Playlisten vom Dirigenten des Konzerts, überhaupt ebenfalls schon erwähnt, Andrea, postrepräsentativen Veranstaltungsformen. Die Kunst der Vermittlung als fester Bestandteil der Künstlerausbildung. Das Fitmachen, das ergänze ich jetzt mal meinerseits für Auftritte und Karriere von denen, die nicht zur weißen Mehrheitsgesellschaft gehören, damit die Kulturbranche überhaupt eine Chance hat, diverser zu werden und nicht nur in den Nischen diverser zu werden. Oder auch noch etwas, die Verkürzung der mehrjährigen Vorplanungszeit in den großen Häusern. Kann das überhaupt gehen? Wenn ja, wie gesagt, ich wünsche mir weniger Überbau, mehr Arbeit an der Realisierung. Oder wie die Intendantin der Tonhalle Zürich, Ilona Schmiede, es glaube ich gerade gesagt hat, Entscheidungsfreude. Drittens, was ich auch nicht mehr so gerne hören möchte, und das waren dann schon alle meine Punkte, also weniger als was ich gelernt habe. Ich möchte auch den Vergleich mit dem Baumarkt, der offen bleibt, trotz Lockdown, nicht mehr so gerne hören. Ich glaube, es bringt niemanden weiter, die Baumarktbesucher gegen das Kulturpublikum auszuspielen. Wenn es eng wird auf den Intensivstationen, müssen die Leute zu Hause bleiben. Trotzdem darf die Wirtschaft nicht zu sehr in die Knie gehen, dann ist auch kein Geld für die Kultur mehr da. Also nix Kneipe, nix Konzert, trotzdem Kirche. Tja, das Virus ist schrecklich ungerecht und gleichzeitig ist es ein schrecklicher Gleichmacher. Vielleicht noch in Klammern ganz kurz, kann man einmal daran erinnern, bei allem berechtigten und wichtigen politischen Kampf, gerade für die Freischaffenden, in keinem anderen Land der Welt gibt die Politik, geben die Steuerzahler so viel Geld für die Kultur aus. Wie hier und auch in der Pandemie stellt das niemand ernsthaft in Frage. Wir haben nicht tausende Theater, die schließen müssen. Nächster Punkt, was ich vermisse, da hast du mir jetzt den Wind aus den Segeln genommen, Andrea. In der Tat hätte ich es gut gefunden, wenn der ein oder andere Staatsopernintendant, die ein oder andere Intendantin prominent vertreten gewesen wäre gestern. Personen, mit denen sich der Zwist zwischen diesen großen, schwerfälligen Tankern und den tollen, beweglichen Beiboten austragen, vielleicht sogar zuspitzen ließe. Also produktive Streitkultur ist, glaube ich, unerlässlich dafür, wenn sich wirklich was ändern soll. Zweitens, was ich vermisst habe, das Publikum, das unbekannte Wesen, von dem war ja wahnsinnig viel die Rede. Wieso diskutiert hier niemand mit, der das Publikum wirklich vertritt? Es gibt ja Freundeskreise, Fördervereine, das hätte sich bestimmt organisieren lassen. Warum habe ich gestern keine Keynote von jemand gehört, der uns hier allen erklärt, warum er oder sie die Philharmonie oder das Staatstheater meiden wie der Teufel das Weihwasser und ob es vielleicht etwas irgendwie gäbe, was ihn oder sie vielleicht doch bekehren könnte. Letzter Punkt, was ich mich frage und damit auch die Runde heute am zweiten Tag. In den Gesprächen gestern vor den Kameras, auch im Chat, wurden einige Widersprüche deutlich und vielleicht lohnt es sich, die mal genauer ins Auge zu fassen. Zum einen, Thorsten Schmidt sagte, auch das hast du eben kurz erwähnt, Andrea, das große Wir ist nicht wahrnehmbar. Die Kultur muss endlich mit einer Stimme sprechen. Aber es gibt ja die Interessensverbände vom Musikrat über den Bühnen vor allem bis zum Verband der Filmtheater und wie sie alle heißen. Die sprechen jetzt in der Pandemie zwar nicht mit einer Stimme, aber doch sehr unisono. Das weiß ich, weil wir kriegen täglich diese Protestnoten als Pressemitteilungen und sie lauten eigentlich immer gleich und wir können sie nicht alle drucken, weil man damit die Leser auch vielleicht doch irgendwie verärgern würde. Es gibt auch den Deutschen Kulturrat, der ja der Dachverband all dieser Verbände ist und es gibt doch eine sehr große Solidarität zwischen den Festen und den Freien. Zumindest wird sie sehr oft erklärt und ist auch manchmal in Zeichen, in Spendensammlungen und sowas deutlich sichtbar. Warum ist dieses große Wir trotz all dem nicht wahrnehmbar? Also was läuft da schief zwischen der Basis, zwischen den Kultureinrichtungen, ob sie frei oder staatlich sind, egal, und ihren Verbänden? Was ist da nicht in Ordnung? Zweiter Punkt, warum eigentlich sind die Beharrungskräfte dieser vielfach kritisierten, exkludierenden aus dem 19. Jahrhundert überkommenen Rituale so groß? Warum ist es so schwer, den Frack auszuziehen, wenn selbst, ich sagte es eben schon, in den Häusern selbst, Menschen arbeiten, die des Fracks überdrüssig sind? Drittens, das hängt eng mit zweitens zusammen, warum sind es immer nur einzelne Ausnahmeerscheinungen vom Regelbetrieb, also Musikerinnen wie Barbara Hennigen, Häuser wie das Radialsystem, Projekte wie die Guerilla-Konzerts, die nicht nur die Regeln ändern, sondern das ganze Spiel, wie Barbara Hennigen es so toll formuliert hat. Warum bleibt der übergroße Rest des Kulturbetriebs so immun gegen solche Erfolgsphänomene? Und das sind ja Erfolgsphänomene. Eine Frage im Chat fand ich, brachte das gestern sehr gut auf den Punkt, deshalb lese ich sie hier nochmal vor. Was meint ihr, warum kreative, partizipative, kuratierte Konzepte nicht schon längst im Konzertbetrieb verankert sind? Liegt es schlicht daran, das hat Volkert Ude ja nochmal kurz eingeworfen, dass die subventionierten Häuser einen Großteil ihrer Einnahmen eben nur mal selber erwirtschaften müssen? Das heißt, lässt es sich beim besten Willen nicht ändern? Bleibt es ein Dilemma, solange zum Beispiel die Tabufrage nach den hohen Spitzengagen nicht geknackt ist? Vierter und letzter Punkt, vielleicht ist das die heikelste Frage. Ausgerechnet die Kulturnation Deutschland mit ihrem unverbrüchlichen Bekenntnis zum Wert der Kultur schafft es nicht, diese doppelte Glaswand, auch eine Formulierung, die mir von gestern hängen geblieben ist, diese doppelte Glaswand zwischen Kulturfans und Freunden und Nichtbesuchern zu durchbrechen. Wieso schaffen ausgerechnet Länder mit weniger Subventionen das zumindest punktuell eher? Weniger Subventionsmentalität hieße das, weniger Geld würde das mehr Wind in die Segel bringen, auch in unruhigen Fahrwassern, da hinten ist es etwas stürmisch auf meinem Bild hinter mir. Ich wünsche mir jedenfalls für den heutigen Tag, dass vielleicht noch ein paar mehr von solchen Tabufragen auf den Tisch kommen und ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank.